Herzlich Willkommen hier beim WeLoveMMA Podcast. UFC 263 ist vorbei. Leon Edwards macht jetzt Werbung für einen Titelfight, aber hat er ihn sich überhaupt verdient? Das klären wir in dieser Episode. Viel Spaß! Lasst vorab aber gerne einen Daumen nach oben da oder, falls ihr es bei YouTube hört, ein Abo, bei iTunes eine Bewertung oder bei Spotify ein Follow. Und dann würde ich sagen, springen wir auch gleich mal zum Thema. Leon Edwards hatte das letzte Mal 2015 verloren, damals gegen Kamaru Usman. Also sechs Jahre ist die letzte Niederlage von Edwards schon her. Wie gesagt, damals im Fight gegen Kamaru Usman und nun macht er Werbung für sich. Er will doch gerne wieder einen Titelfight. Er würde gerne wieder einmal gegen Kamaru Usman kämpfen und sagt gleichzeitig, Hey, wenn ich ihn mir nicht verdient habe, wer denn sonst? Ich habe neun Siege in Folge. Kobe Covington hat zwar gegen Woodley gewonnen, aber das, in dem sich Woodley im Kampf verletzt hat. Was soll das bitte sein? Und ich bin ehrlich, ich bin da zwiegespaltener Meinung. Einige Seiten, The Athletic zum Beispiel, schreiben, Leon Edwards hat sich diesen Titelfight verdient. Andere Seiten schreiben, Leon Edwards hat ihn sich verdient, aber Kamaru Usman vs. Kobe Covington wird sich besser verkaufen, deshalb bekommt Kobe Covington ihn. Und meiner Meinung nach konnte Leon Edwards mit einem Sieg gegen Nate Diaz so oder so nicht wirklich viel gewinnen, einfach weil Nate Diaz nicht einmal gerankt war. Nate Diaz war kein Top-15-Contender und Leon Edwards hat jetzt gegen jemanden gewonnen, der nicht in den Top-15 ist. Klar, Diaz, großer Name, hat mehr als fünfmal so viel verdient wie Leon Edwards im Fight, aber Ranglistentechnisch hat sich da nichts getan. Edwards ist immer noch die 3, Burns die 2, Covington die 1. Und Leon Edwards will jetzt einen erneuten Fight gegen Usman. Das Problem ist nur, dass dieser Fight gegen Diaz einfach nicht die beste Werbung war, um sich für einen Titelkampf zu qualifizieren. Ja, Leon Edwards hat saustark performt gegen Nate Diaz, auf der anderen Seite nicht so stark, wie es manche erwartet hätten. Ich persönlich habe damit gerechnet, dass Leon Edwards verliert, deshalb war ich doch positiv überrascht, vor allem von seiner Ausdauer. Aber Nate hätte Edwards in der fünften Runde finishen können. Und das, obwohl Nate in diesem Kampf über ihn weg nicht gut war. Ich will mir gar nicht vorstellen, was ein Usman mit Leon Edwards machen würde. Usman, der jetzt so einen wahnsinnig starken Striker geworden ist. Er hat Burns ausgenockt, er hat Mars Vidal brutal ausgenockt. Also Usman ist nicht mehr der langweilige Ringer, nicht mehr Snooze-Man, sondern Usman ist einer der geilsten Kämpfer zur Zeit. Und Leon Edwards eben nicht. Leon Edwards, so ein Eye-Poke-Ding gegen Belal-Muamad. Dann Leon Edwards, ein Fünf-Runden-Fight gegen Diaz, der nicht sonderlich spannend war, bis auf die letzte Minute, weil man da dachte, er wird jetzt gefinisht. Und ansonsten hat Edwards einfach nicht die Top-Competition gekämpft. Wie gesagt, Peter Sobotta, Gunnar Nelson, Ceroni, RDA. Und dann haben wir Colby Covington. Der hat einen super spannenden Fight abgeliefert gegen Kamaru Usman. Der hat danach gegen Woodlay gekämpft und Woodlay gefinisht. Burns konnte Woodlay nicht finishen und Usman konnte oder wollte Woodlay nicht finishen. Das heißt, Covington hat sich dieses Rematch noch eher verdient als Leon Edwards. Einfach aus dem Grund, dass Covington super stark gegen Usman ankam, super stark gegen Woodlay aussah und Woodlay zu dem Zeitpunkt noch in der Top-Fünf war. Woodlay war ein Top-Fünf-Gegner, nicht Diaz war kein Top-Fünf-Gegner. Und ja, es wird auch Covington vs. Usman 2 kommen. Das ist ganz klar. Die Frage ist nur, wie spielt sich das jetzt in Welterweight aus? Leon Edwards muss warten. Gilbert Burns kämpft gegen Steven Thompson. Und mal schauen, wer da gewinnt. Kämpft Leon Edwards gegen den Gewinner? Kämpft Edwards gegen den Verlierer? Wartet Edwards, um gegen den Sieger aus Usman vs. Covington 2 anzukämpfen? Das ist die spannende Frage, die geklärt wird. Und die Frage kann nur die Zeit beantworten. Und dann würde ich sagen, war es das mit dem Video. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Folgt WeLoveMMA bei Instagram und damit ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.